Musik Bitte gehen Sie von der Straße runter, damit der Straßenverkehr weiterhin gewährleistet sein kann. Es erfolgt noch nach dem Hinweis der Polizei, bitte entfernen Sie sich von der Straße. Ich wiederhole, entfernen Sie sich von der Straße und nutzen Sie den Gehweh. Machen Sie den Verkehr frei. Und so ist die Sicherheit aller Versammlungsteilnehmenden und der von der Versammlung betroffenen Öffentlichkeit gewährleistet. Daher sind wir auf eine gegenseitige Kooperation angewiesen. Alle Teilnehmenden der Versammlung werden hiermit aufgefordert, sich an die Maskenpflicht gemäß der geltenden Landesverordnung des Landes Schleswig-Holsteins zu halten. Die Maskenpflicht sind in der Nähe des Landes Schleswig-Holsteins. Alle Teilnehmenden der Versammlung werden hiermit aufgefordert, sich an die Maskenpflicht gemäß der geltenden Landesverordnung des Landes Schleswig-Holsteins zu halten. Verstöße werden polizeilig aufgenommen. Sollten Sie einen Attest für eine Maskenbefreiung besitzen, halten Sie dieses bereit. Verstöße werden polizeilig aufgenommen. Und dann werden sie auch in der Versammlung. Verstöße werden polizeilig aufgenommen. Verstöße werden polizeilig aufgenommen. Verstöße werden sie mit seinen Platzwund. Verstöße werden sie mit anderen Unternehmen genültig aufgenommen. Da laufen zum Beispiel Leute mit, der Profilbild ist eine schwarze Sonne und daneben steht ein Spruch mit nationalsozialistischer Propaganda. Stört den ganzen Rest, der mit denen gemeinsam demonstriert, aber überhaupt nicht. Genauso wenig, wie es die Leute stört, wenn auf ihren Demos ein Händler groß gezeigt wird. Genauso wenig, wie es diese Versporungsgläubigen stört, wenn in ihren Sätzen der Holocaust geleugnet wird. Wir finden das richtig, richtig widerlich, deswegen protestieren wir dagegen. Wir sagen, Schwabler verpisst euch, keiner verpisst euch.